Hallo und guten Tag, mein Name ist Matthias Heinrich. Ich helfe Menschen und Unternehmen seit 2010 mit Coachings und Seminaren über sich hinaus zu wachsen. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, innere Bilder von bestimmten Situationen in Vertrieb und Führung zu überprüfen und gegebenenfalls nachhaltig zu korrigieren. Kurze Impulse wie der folgende lassen neue Ideen und Inspirationen in Ihr Tagesgeschäft einfließen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgen Impuls. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, was wir als Führungskräfte tun können, wenn wir Mitarbeitende im Unternehmen oder in der Abteilung haben, in unserer Zuständigkeit haben, die nicht die Performance bringen, die wir von Ihnen erwarten. Die Basis dafür ist eine Untersuchung des Gallup-Institutes, ein weltweit agierendes Beratungshaus, welches einmal im Jahr die emotionale Bindung von Mitarbeitenden an das Unternehmen untersucht. Und die kommen Jahr für Jahr und tatsächlich auch über den Globus verteilt zu ähnlichen Ergebnissen. Da sind plus minus 15 Prozent der Mitarbeiter die, die wirklich hoch engagiert und hoch motiviert in den Unternehmen unterwegs sind. 15 Prozent. Dann sind es plus minus 70 Prozent, die so ihren Job 9 to 5 machen. Also die tun was für ihr Geld, aber es ist tatsächlich nicht so, dass sie sich auf den Feierabend freuen und wenn der dann endlich da ist, auch erfreut nach Hause gehen. Also emotional neutral unterwegs sind. Und dann haben wir weitere 15 Prozent, die tatsächlich auch aktiv gegen das Unternehmen arbeiten, die wirklich nur für ihr Geld arbeiten und denen der Rest völlig egal ist. Und die Frage ist nicht, wie wir die ersten 15 Prozent noch motivierter machen, sondern was können wir tun, um die 70 Prozent und die letzten 15 Prozent vielleicht Richtung der ersten 15 Prozent zu bewegen. Warum ist das so wichtig? Stellen Sie sich vor, Sie gießen einen Schluck Öl in einen Liter Wasser und damit haben Sie diesen Liter Wasser komplett verunreinigt. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir, ich will nicht sagen faule Eier, aber wenn wir eben Mitarbeitende haben, die eher zu der 70 Prozent oder gar zu der unteren 15 Prozent Liga gehören. Wenn sich das die oberen 15 Prozent abschauen, dann wird sich der ein oder andere irgendwann die Frage stellen, warum reiße ich mir hier den Bein aus, wenn auf der anderen Seite akzeptiert wird, und das ist ja das, was dahinter steckt, akzeptiert wird, dass da Low Performer auch ihren Mini-Antrag zum Ergebnis beitragen. Also die Frage ist, was können wir tun, um diese 70 Prozent zu den 15 zu bewegen oder die unteren 15 Prozent in die 70 Prozent Range zu bekommen. Und sinnvoll dazu ist sicherlich ein gemeinsames Gespräch zu führen, weil wenn ich mir überlege, was der richtige Weg ist und vielleicht auch noch für mich zu dem Ergebnis komme, warum die Performance so niedrig ist, dann ist das glaube ich nicht wirklich zielführend. Also es gilt, das Gespräch mit den betreffenden Menschen zu suchen, um gemeinsam herauszufinden, was hinter dieser, ich sag mal, Leistungsverweigerung oder nicht leistungsoptimalen Ablieferung da dahinter steckt. Und da sind es für mich zwei Aspekte, die eine Rolle spielen, die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft. Was meine ich damit? Leistungsfähigkeit ist für mich das, wo jemand ermöglicht wird, durch Ausbildung, durch Weiterbildung, durch Zertifizierungen ein bestimmtes Level an Fachkenntnis zu erreichen, um die Aufgaben entsprechend auszuführen. Und ich glaube, dass diese Leistungsfähigkeit relativ schnell mithilfe von Maßnahmen aufgearbeitet werden kann. Das ist unkritisch. Spannender wird es bei der Leistungsbereitschaft. Die Leistungsbereitschaft ist ein Stück weit ein Soft-Faktor, ist etwas, was nicht wirklich nachvollziehbar ist, was man nicht wirklich an Kennzahlen deutlich machen kann, außer am Ergebnis. Und die Leistungsbereitschaft unterteilt sich für mich in eine intrinsische Leistungsbereitschaft und eine extrinsische Leistungsbereitschaft. Was ist damit gemeint? Intrinsische Leistungsbereitschaft ist für mich die innere Motivation, den inneren Antrieb, den ein Mensch hat, zur Arbeit zu gehen. Und da stecken so Fragen für mich dahinter. Warum mache ich das? Was ist der Sinn? Was habe ich davon? Also ein Stück weit die Sinnfrage für den Mitarbeiter, die steckt da drin. Und dann gibt es die extrinsische Motivation. Das sind von außen Einflüsse auf den Mitarbeitenden, die dazu führen, dass Motivation entsteht. Und das sind so Themen wie Arbeitsumgebung, Kollegen, Chef, das Team, die Aufgabe, die Art der Kommunikation, Fehlerkultur im Unternehmen, Umgang auf Augenhöhe, also Wertschätzung. Das sind alles Dinge, die mir als betroffener Person zuteil wird. Das sind alles Dinge, die für mich in die extrinsische Motivation reingehören. Die intrinsische Motivation wird überwiegend über das Thema der Stärken angesprochen. Ich habe das im Belgian-Seminar immer wieder, dass ich sage, in den Stärken liegt die Quelle der Motivation. Also der Antrieb von innen heraus, etwas erreichen zu wollen, etwas bewegen zu wollen, das steckt da für mich da drin. Und mögliche Fragen dazu im Dialog mit der betroffenen Person wären Fragen wie, arbeitet ihr Gesprächspartner wirklich in seinen Stärken? Kennt die Person ihre Stärken? Kann er sie anwenden? Und welcher Veränderung bedarf es möglicherweise, damit die Person in ihren Stärken arbeiten kann? Aber auch, welche äußeren Einflüsse, also persönliche, private Hintergründe, nehmen möglicherweise aktuell gerade einen Einfluss auf die intrinsische Motivation und auch auf das Stärkenprofil? Und die extrinsische Motivation, ich habe es gerade schon gesagt, wird eben überwiegend durch das Arbeitsumfeld definiert. Also das von Themen wie, wie ist die Stimmung im Team? Wie wird mit Fehlern im Team umgegangen? Wie steht der Gesprächspartner, den Sie haben, die betroffene Person in Relation zum Team, zu den Kollegen im Team? Und welchen Einfluss haben Sie als Führungskraft auf diese Person? Diese Themen zu bearbeiten, das ist nichts, was mal eben aus der hohlen Hand geschossen wird. Das Ziel, Menschen zu helfen, sich zu entwickeln. Menschen zu helfen, sich zu entwickeln, also sich auszupacken. Die deutsche Sprache ist da sehr, sehr feinfühlig. Entwickeln, also auswickeln, auspacken, sich zu entfalten. Also dieses Ziel, Menschen zu helfen, sich zu entfalten, ist, das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Und das wird auch möglicherweise nicht in einem Gespräch und in einer Gesprächssituation zwischen Tür und Angel abgearbeitet werden können. Lohnt es gleichwohl, diesen Marathon mit den Menschen zu laufen, ihnen zu helfen, sich zu entwickeln? Ich glaube, ja, definitiv. Denn die Menschen sind damit sehr viel zufriedener. Und wenn sie positiv gefordert würden, wenn sie die Chance haben, sich zu entwickeln. Und die Unternehmen auf der anderen Seite bekommen Mitarbeiter, die zufriedener sind, die engagierter sind, die in Richtung dieser 15% High Performer sich entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was wir in herausfordernden Zeiten in den Unternehmen brauchen. Menschen, die sich engagieren. Und die Alternative dazu heißt ja einfach auch nur Angstkultur. Wenn du nicht performst, wenn du nicht lieferst, wenn du nicht deine Ergebnisse bringst, dann wirst du entlassen. Und ich glaube, das ist eine Umgebung, in der wir alle nicht arbeiten wollen. Ich wünsche Ihnen als Führungskraft, dass Sie die Potenziale in Ihren Mitarbeitern entdecken und Ihnen helfen, diese zu entdecken, zu entwickeln und damit über sich hinaus zu wachsen. Und ich wünsche Ihnen als Mitarbeitende, dass Sie die Chance haben, mit Führungskräften, unter Führungskräften zu arbeiten, die Ihnen dabei helfen. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinaus zu wachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.